Wir haben ja schon im letzten Overwatch-Video gesehen, wie OP eigentlich Roadhog ist. Aber dass wir die Gegner so krank im Deathmatch rollen, hätte ich nicht gedacht. Aber schaut's euch selber an, in... 5, 4, 3, 2, 1... Komm her, Bro! Alter. Junge, Junkrat, was willst du denn, Mann? So ein Spasti. Hä, was ist er denn? Der hat gegen die Wand geklatscht. Hallo, der hat dich gegen die Wand geklatscht. Nein! Nicht durchlaufen, Niki. Kein Dammit bekommen. Nicht schon, 60. Oh mein Gott, ich kann keine Hooks mehr. Haben wir nicht ne Mercy oder so? Ach, du Scheiße. Schlechteste und EU-West läuft. Und Nord auch. Und Sieb, Sie auch. Ich bin fett, ja, Plan. Oh, ich werde revive. Junge, was ist das? Mein Hook? The fuck? Also, ich habe noch die Macht des Roadhogs erlernt. Immer noch. Nicht verloren. Ich bin eh kacke, Alter. Die war stillgestanden. Bitte nach oben. Ich hab sie nicht getroffen. Oh. Oh shit. Oh shit. Hilfe. Au, Scheiße. Keine Angst, ich bin nicht gestorben. Perfekt. Weißt du, hast du noch gekillt. Der wer spammt mich denn da so mit? Also, der Hand ist auf jeden Fall besser. Ich hab keinen Aimman im Game. Hallo? Ich hab ihn ins Scheiß Healpack gehauen, hä? Dumm. Ich hab den letzten Kill gemacht, by the way. Ich hab ne Loopbox. Ich hab auch. Sechs Stück und ich öffne jetzt jedes, jedes Mal eine. Oh mein Gott, nur Scheiße. Hallo? Ich bin... Ich hab einen gehittet mit meinem Ding, Punkt. Schlafen. Bitte? Ich bin mit dir. Hallo? Ey, nee, hinter dir. Nee, rechts von dir. Da sind ganz viele Leute. Mann, und da waren auch zwei. Die beiden sind mit einem Milli-HP weggekommen. Haha. Outplayed. Ja, da waren wir das Spielverlassung vor meinen Augen, Mann. Mann, die war ja so kacke geworfen. Was bin ich denn hier? Das denkt er sich denn, dass er einfach auf mich gedrückt halten kann, linksflick? Ja, vielleicht kann er das, aber trotzdem, fände ich unfair. Ja, geh da hoch, Maura, hast du Bock? Aber auch wen? Wir brauchen trotzdem zwei und wir fünf. Wir brauchen nur noch einen. Und ihr Lappen hört auf zu sterben, alle miteinander. Nein, 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 nein. Ich hab ihn noch gekillt. Bevor sein Ult ankam. Wir haben die Chance. Wir haben eine Chance. Weg mit dir. Komm schon. Einer hat sich self-killed, oder? Einer noch. Nein. Ich hab den Hook dran. Ich hatte den Hook dran. Und ich bin verreckt. Ja, nächste Lootbox. Auf jeden Fall hab ich. Ey, wir haben die Tanzu gepickt. Weiß nicht, ich hab Brawlhawk gepickt. Weiß nicht, wen sonst. Sehen wir auf dieser Brandsmap hier. Die hat auch einen Roadhog. Komm her, Bruder. Chillig. Ich hör ihn doch hier hin. Ich brauch Hilfe. Ciao. Würde mich ärgern, wenn ich einen anderen Roadhog einfach runterhuck. Und den da vor allem nicht mehr runterhuck. Ich weiß nicht, das ist sehr schwer möglich nur. Bei mir ist ein Jung. Wahrscheinlich, glaube ich, in die scheiß Falle, die du da gelegt hast, oder? Ich honger, wie doof ist der eigentlich? Digga, Roadhog und Hammett in dem Char wie mir. Ich hab wen. Wo ist eigentlich die Junkrat Kugel? Oh, da ist sie. Ich hab sie gefunden. Ach, du auch. Ich hab sie geschmeckt. Bro, talk right again. Er nimmt auf einmal Sigma. Mir wird beide... Oh, Alter, wo wär ich denn hingeschubst, Mann? Bro, hi. Der mach ihn tot. Der... Der mach ihn tot. Hab ihn. Perfekt. Der coole. Aber das Problem ist, wenn der weg ist, ist es schon vorbei wahrscheinlich, oder? Ja. Nein, die würde auch gekillt. Ich hab ihn noch gekillt. Also... Also das Geräusch kam noch. Ja, Mann. Zwei blaue Sachen. Ich gehe heulen. Das ist super. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na. Mir wird Bestchen vorgeschleimt. Soll ich den da nehmen? Wenn, Playstation. Bestchen. Nein, bitte nicht. Wir machen die uns eigentlich zu zweit. Ist die jetzt durch mich durchgehüpft und ich hab deswegen Hanzo nicht gehintzt, sondern sie, weil sie irgendwie in mir war? Alles klar, chillig, oder? Fisst dich jetzt. Sollte werden hier keine Faxen gemacht. Ja, der Platz sogar. Junge, der steht einfach nur dumm rum. Von wem wurde ich gekillt? Oh, von Genre. Die haben wir nicht gesehen. Was ist das denn? Wo ging eigentlich meine Ulzi dahin? Oh, Gott im Himmel. Junge, die war so klein. Die war so klein, wenn sie... Die war so klein, wenn sie... Wait, wo kommt... Oh Gott, ich stehe in der Hanseholt. Junge, ich verstehe nicht, warum ich jetzt gerade Dauer sterbe. Echt? Da bist du ja genauso gut wie ich. Geil. Ich möchte den letzten Kill. Krieg weder noch. Kriegst aber nicht. Ich krieg wahrscheinlich den letzten Tod. Junge, ich werde von fünf Seiten bombardiert. Ich habe ihm mitgeholfen. Ich habe ihn zur Hälfte tot gemacht. Uff. Oh, ja man. Wieder einige Öffner, du wieder eine Kacke. Da ist ein Bastion. Wo ist der denn, der Bastion? Unter dir. Unter mir. Ah. Ja, ich habe ihn gefunden. Was ist denn jetzt der nächste Bastion? Aus da. Was ist denn hier los? Für ein Bang. Junge, Mei, hör doch auf. Junge, Alter. Musst du es sein? Mein Gott, Alter. Oh. Scheiß Bastion, Alter. Bin nicht vor, dass das nicht funktioniert hat. Hört mich ärgern. Weg mit dir. Was ist er denn? Ach, der steht da hinten, Mann. Ey, Digger, ich bin fast tot. Alter, wurde der umgerollt, Mann. Bin sofort. Komm, bitte. Ball, save mich. Ball, ich habe drei HP. Ach, ich habe mich hier am Arsch. Wie, ich meine Schuss. Schuss. Ey. Hallo. Hast du Bastion? Mhm. Lass mich doch raus. Au. Toll. Ich sehe nichts, hä? Haben die gewonnen oder verloren? Hä? Wir haben nicht mal ansatzweise verloren. Self-Copy ist keine Saga. Oh mein Gott, zwei Epics. Oh mein Gott. Geld und ein Winston Emote. Komm her. Komm her. Will ich hinter mich haben, so, Bro. Hä? Was bist du? Hä? Hä? Was hast du gesagt? Ich habe die letzten Tag mal gespielt, irgendwann mal. Doch, klar. Redet es mir zu wirres Zeug. Ich habe diese komische Vieh geholt. Ich habe diese komische Vieh geholt. Weiß ich nicht. Mal killt man wen, mal killt man hier nicht wen. Wait, die liegen vorne. Wie liegen die vorne? Ich sterbe fast die ganze Zeit nicht. Ich habe nur fünf Tote. Ich weiß auch nicht, wie ich die bekommen habe. Hey, die brauchen one kill. Hä? Ich habe nur sechs Tote. Ich habe ein fünftel Grab. Ja, so ein Ding ist es nämlich. Ich kann nur einen wahren Roadhog geben. Hä? Erster. Nee, eigentlich nicht, aber. Hat sich gut angefühlt. Aber ich habe den Scheiß gegen meine Tastatur gehauen. Hä? Er lebt noch? Alter Vater. Eui, eui, eui. Und den denn hingehauen? Oh, Kümmel, Himmel. Oh, Kümmel, Himmel. Ich will ihn irgendwie für anhören. Lol, was? Was habe ich der denn gedruckt für No Look? Gefühlt No Look. Junge, kann ich eigentlich keine Hooks mehr hiten? Na, doch, geht noch. Hö, wo kommt denn McCree her, Mann? Ach, da kommt er her. Ja, Winston. Flieg, Winston. Flieg. Oh, Mann. Ist das stupid. Rette dich. Oh. Hier hat aber wer anderes gekillt, als ich gedacht habe. Hä? Hinter dir, ne? Weißt du das, McCree? Oh. Ja, fick dich. Wo ist sie denn hin? Da. Toll. Ich habe keinen bekommen, aber kriege trotzdem einen fucking Dingskill. Wir haben uns immerhin gerecht. Ja, zwei blaue Sachen. Ja, ich habe nur Scheiße bekommen aus diesen sechs Lootboxen, by the way. Na, geht da hoch. Bro, talk, du fette Sau. Junge, bist du eigentlich so blöd, um da hochzutaten? Danke. Toll. Oh, Gott, die haben auch nicht Symmetra, da habe ich nicht mitgerechnet. Hab sie. Junge, hä? Da ist ein Turret. Ich höre doch, dass er hier langläuft. Ja, actually, schau. Piss dich. Oh, talk. Alter, würde mich das ärgern, Mann. Ich mach so schnell 300 Schaden, die Echo. Hallo, zwei Stück sind hier sogar. Ey, bußt ihr mich nach oben, dass ich ihn besser hitten kann. Das ist echt nett von ihm. Oh, bitte nicht. Oh. Hallo. Au, au. Shit. Hä? Scheiße auf die Echo, ich habe hier... Alter, sie. Das ist die Kacke. Jetzt sehe ich keine Gegner. Wieso ist die Falle mit mir so rumgejumpt? Können wir noch... Können wir gewinnen? Oh, da war mal ein jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Der Bastian da unten. Einen brauchen die noch. Digger, der Bestien geht aber... Der Bestien. Ach, weil die Moral geholt ist hinter mir. Nein, die habe ich nicht mehr gekillt. Untertitelung des ZDF, 2020 Da war es nicht mehr. Das passiert mir gleich. Ich habe mich selber, der Bestien. Und da habe ich mir auch nicht mehr gegründet. Ich habe mich mehr gegründet. finden es nur mit einem neuen klemhaut. Vielen Dank.